Herzlich willkommen zum Thema AIDA 2.0, das Target-Modell der modernen Kommunikationsplanung von Prof. Dr. Thorsten Spandl. Die AIDA-Formel aus dem Jahr 1893 besitzt auch heute noch weitreichende Akzeptanz. Sie beschreibt den idealtypischen Verlauf der kommunikationspolitischen Zielsetzungen. A für Attention, I für Interest, D für Desire und A für Action. Ohne Aufmerksamkeit kein Interesse für ein Angebot oder eine Leistung. So werden Bedürfnisse geweckt und zur Handlung motiviert. Werbung und Kommunikation haben sich jedoch in den letzten Jahren tiefgreifend verändert. Mehr Möglichkeiten, Anlässe und Technologien zur Kommunikation treffen auf aufgeklärtere und mündigere Kunden. Somit ist es an der Zeit, ein neues Modell zur Diskussion zu stellen. Diese Herausforderung greift das hier vorgeschlagene Target-Modell der Kommunikation auf. T für Technical Reach. Wie erreichen wir unsere Kunden? Kunden nehmen Kommunikation deutlich spezifischer wahr. Sie konsumieren ausgewählte Medien intensiv, beispielsweise aktuell Social Media, während andere Medien mit nachlassendem Interesse zu kämpfen haben, beispielsweise aktuell Tageszeitungen. Das richtige Medium ist der Schlüssel der Erreichbarkeit. A für Activation. Der Mensch ist in der Lage, mit der zunehmenden Informationsflut umzugehen. Es ändern sich die Filterungsmechanismen. Weniger Informationen dringt zu uns durch. Daher müssen wir auffallen oder Emotionen ansprechen. Die Erzielung von Aktivierung ist nach der technischen Erreichbarkeit die zweite Hürde, die Kommunikation nehmen muss. R für Relevance. Ist die Information relevant? Sie hat meine Aufmerksamkeit, aber lohnt die weitere Beschäftigung? Unrelevante Werbung blenden die Menschen meist bewusst aus. Das Unterbewusstsein scannt dennoch permanent nach Werbeangeboten, die von Interesse und Relevanz sein können, um dann die Aufmerksamkeit zu fokussieren. G für Goodwill. Bin ich gegenüber den Informationen positiv eingestellt? Kann und will ich mich mit dem Kommunikationsabsender beschäftigen? Erst dann wird die Werbung weiter verarbeitet. Der Kunde entscheidet bewusst und geht aufgeklärt mit Werbung um. E für Engagement. Entspricht die Werbung meine Erwartungen an Interaktion und Kommunikation? Erhalte ich die Informationen, die ich benötige? Kann ich mit dem Anbieter in Kontakt treten, mit ihm zweiseitig kommunizieren? T für Trigger. Das Ziel der Kommunikation muss klar werden. Ob das Auslösen eines Kaufs oder Erzielung einer emotionalen Gefühlsregung. Ohne fokussiertes und ausgesprochenes Ziel werden Werbung und Kommunikation keine Ergebnisse erzielen können. Das vorgeschlagene Target-Modell beschreibt auf den Hyper-Wettbewerbsmärkten geltende Regeln. Unternehmen müssen Kommunikationsträger besser aussuchen. Sie müssen sich mit deutlich aufgeklärteren Konsumenten auseinandersetzen, die an einem dialogisch orientierten Kommunikationsangebot interessiert sind. Kommunikationspolitik war noch nie so interessant wie heute, aber auch noch nie so herausfordernd. Dieser Beitrag ist ein Artikel aus dem Management-Journal der Deutschen Akademie für Management. Vielen Dank fürs Zuhören.